Moin Moin und Willkommen zu Rage 2 Wir hatten Pläne für diese Welt, für unsere Erde, gesäubert durch die Gnade des Meteors Apophis. Und was für Pläne wir hatten, alle vereitelt von einem Mann. Nicholas Rain. Wer ist das? Ein einziger Knopfdruck zerstörte unsere Zukunft. Die Archen erschienen. Die Ecoports kamen heran, viel zu früh. Das Leben kehrte ins Ödland zurück. Ein neuer Kreislauf des Lebens entstand, so wie wir es für unsere eigene Spezies geplant hatten. Die dummen, überheblichen Massen durchkreuzten unsere Pläne. Die Säuberung unserer geschwächten Spezies blieb aus. Anstatt unsere Hilfe anzunehmen, wählten sie selbstsüchtig ihre eigene, jämmerliche Existenz. Welch Hybris. Sie hielten uns für besiegt. Wir ließen sie in dem Glauben und zogen uns unter die Erde zurück. Wir sahen ihre mickrigen Konflikte. Ihre sinnlosen Revierkämpfe. Ihre kindischen Versuche, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und wir erstarkten. Unsere Technik. Unser Wissen. Alles zusammen. Alles für nur einen Moment. Die allumfassende Auslöschung der Schwachen. Der neue Mensch. Wir reißen ihre Verteidigung nieder. Wir nehmen uns ihre Lager. Wir nehmen uns die Archen. Wir machen ihre Siedlungen im Erdboden gleich. Heute Nacht beginnt die große Säuberung. Heute beginnt die Wiederauferstehung der Oberrichtheit. Ja, da scheinen wir doch richtig zu sein. Ich dachte gerade eher Space Marine, aber hatte doch einfach keine Arme. Was zum Teufel ist da draußen los? Nichts Gutes. Also ausgerüstet und los geht's. Charakter wählen. Yeah. Ich nehme dich. Der hat aber ne scheiß Fresse. Egal. Geht's jetzt los? Jawoll Soldats. Ja, schnapp dir dein Kram. Uuuuh. Was ist das? Aktwaffen. Ah, die Pistole. Was ist das? Aha. Ich sichere die Tür. Cool. Luke ist auch dabei. Okay. Komm schon, Lilly. Das war mein Kill. Du musst eben etwas schneller sein, Walker. Lilly, mehr Familie hatte ich nie. Wir wuchsen hier in Wineland auf. Ihre Mutter ist ein echter Drill Sergeant. Ich bin eine Weise. Ich hab keine Mutter. Aber davon gibt's noch jede Menge mehr. Ich sage dir, das hier ist es. Gut. Dann machen wir sie platt. Let's go. Warum mach ich ne scheiß Pistole? Sie ist tot. Geil. Hahaha. Jawoll. Die hat's ja voll erwischt. Das ist mein Humor. Das läuft. Ähm. Oh, Meiskolpen. Achja. Action. Töten. Killen. Ja. Wo geht's denn hin? Ein Klo. Jut. Ähm. Hier ist nichts mehr. Ja. Hier waren wir. Echt nur ne lausige Pistole. Jut. Ah, das geht auch. Okay. Was? Zwei Schuss und Schuhe nachladen? Wuh. Hahaha. Ist der hässlich. Da wird das mit Zählen schwer. Nachladen. Walker. Wir brauchen dich im Hof. Sofort. Sind unterwegs. Bibi auf. Ah, muss auch treffen. Ranger Jersey ist dabei die anderen Siedlung zu wahren. Sie müssen Bescheid wissen. Oh oh. Hahaha. Hast du viel Schaden erlitten? Dann benutze Gesundheitsfusion. Um Leben zu erhalten. Danke. Mach ich. Äh. Ziemlich übel. Das war's auf T, ne? Soll das der größte Angriff bislang sein. Das ist kein Witz. Dann los. Dann nehmen wir uns ein Fleißbändchen. Keine Waffen hier. Oh. Kannst du mal einsammeln. Was? Feld Ritz. Feld Ritz. Feld Ritz Zelle oder sowas. Sammle Zellen von besiegten Gegnern, um Gesundheit zu regenerieren. Dann denke daran, äh, dass Feld Ritz Zelle oder sowas sammle Zellen von besiegten Gegnern, um Gesundheit zu regenerieren. Feld Ritz Zellen, äh, sehr instabile sind und sich auch lösen, wenn du sie nicht schnell genug. Okay. Wir nutzen sie flink einsam. Wuh. Jawoll. Wir kommen schon. Oh. Dicker Brotten. Was zum? Nicht irgendein, Ranger. Das ist Jersey. Hat ihm den Kopf abgebissen. Der härteste Ranger ever. So viel zu Ranger Jersey. Der hilft doch kein Defi mehr. Der hilft doch kein Defi mehr. Nee, auf keinen Fall. Das denkt alles von mir ab. Ich nehme diese Rüstung. Dann mach endlich. Dann machen wir diese Wichser zurück in... Fuck. Mom killt dich, wenn du mit der Ranger-Ausrüstung rumspielst. Aber da steckt immer noch reichlich von Jersey drin. Ja. Das ist unsere einzige Chance. Oh. Yeah. Das ist noch besser, als ich dachte. Endlich eine vernünftige Waffe, ne? So. So. Der will auf die Fresse. Ich brauche dich in der Garage. Walker, schwing deinen Arsch in den Hof. Der muss... Okay, ich wurde allein. Bin unterwegs. Waffe wechseln. Kuh. Okay. Hey Walker. Ja. Puget Mom braucht dich im Hof. Beeilung. Wing... Wings Kick werfen. Was? Ach so, auf G. Der Wings Kick ist ein wendiges wie tödliches Gadget, das du in Kombination mit Waffen einsetzen kannst. Okay. Dann machen wir das doch mal. Und voll daneben geschlau... äh. Machen wir das lieber auf der altmodischen Variante. Oh. Oh nein! Yes! Kleiner Sackfee. Nee, ich will die andere Wach wieder. 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 Granate! G gedrückt werfen. Halten. Granate abkochen. X Gadget wechseln. Okay. Und go! Nee, warte mal. X und! Ich töte mich! Ich töte mich! Nicht! Warten! Sie erwarten mal! Sie erwarten mal! Sie erwarten mal! T! T! Ach, Granaten werfen! Granaten hat dich so lange wie möglich von dieser Rüstung fern gehalten. Warum wohl? Ich habe extra nicht auf der Explosive Fass geschossen. Das ist ja eher zu einfach. Das sind meine Leute. Halte STRG gedrückt, um Fokus zu aktivieren. Und sowohl Gegner als auch Objekte in taktischer Bedeutung hervorzuheben. Hmhm. Nutze den Fokus auch, um Feldritz in der Nähe anzuziehen. Okay, was immer Feldritz in der Nähe anzuziehen. Oh, das war die Granate. Ich glaube, ich habe an der eigenen Leute rechts gerade gekillt, oder? Äh, ne, hol mal. Das. Ach, scheiße. Na, Kampf. Was, er isst mein Gesicht? Ich esse deine Mama. Oh. Oh. Das waren die Fässer. Entschuldigung. Ja, meine Hektik hier. Bin unterwegs. Oh, ja. Oh, schnell einsammeln, bevor die Scheiße weg ist. Ist schon weg. Wo geht's da hin, wenn ich da hin hoch kann? Immer so Information. Oh, ja. Aha, aha. Oh. Mixer. Hat er mich trotzdem erwischt? So eine Sackratze Ah, nicht der Overdrive Und was spricht die Frau? Töte, Gegner In schneller Abfolge Warte mal, erst mal einen Kaffee trinken Ah, lecker Heiß und schwarz Um den Overdrive aufzuladen Und deinen Schaden zu erhöhen Ist er voll aufgeladen Kannst du Overdrive mit V aktivieren Im Overdrive Wird auch deine Gesundheit aufgeladen Overdrive Schade, ich dachte Ich kann ihn auch im Nahkampf irgendwie geiler kriegen Macht auf jeden Fall Spaß Macht auf jeden Fall Spaß Yeah, komm schon mit deinem scheiß Schädel So Was war ein Nahkampf? F Genau Leiter Klettern Oh Kack, Kackfresse Uh, wo ist der hin? War ich den Tuck zu dolle geschlagen Ja Wer, wo, was, was willst du? Nein Ich bin den falschen Den falschen Weg gegangen Wollen wir noch genug Munition? Dann müssen wir mal die Pistolen holen Die Verwundeten auf der Gefahrenzone Los Die Kanone braucht Muni Munition Los, los, los Du, sieh sofort nach Ranger Jersey Er ist tot Liebe alte Tante Prowley Ruhmreiche Kriegsheldin Ranger und Vorbild besonders für Lily Sie nahm mich auf, als meine Eltern starben Die härteste Mutter, die ein Waisenkind haben kann Melde mich zum Dienst Zu mir Das ist Jerseys Rüstung Jersey wurde umgebracht Wenn du seine Rüstung anlegen kannst Kannst du auch seinen Job machen Wie soll ich Was ist das? Verdammt Groß Und einfach zu treffen Unmöglich Er sollte tot sein General Cross Weiter gehen Der mit der ersten Generation Tötet alle anderen General Cross, der fiese Anführer der fiesen Obrigkeit Unser Albtraum wie aus einer Gruselgeschichte für ungezogene Kinder Keine Ahnung, ob Prowley sie nicht mehr alle hat Oder ob es stimmt Aber wenn es stimmt Dann wird er sterben Du Verdammter Bleib zurück Das ist ein direkter Befehl Pass auf Loslassen du Basta Halt ihn durch Klapp 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 Klaw Ich wollte das Leben der ursprünglichen Arkisten verschonen für Experimente. Aber für dich mache ich eine Ausnahme der guten alten Zeiten willen. Der Bösewicht erinnert mich an einen Transformer, kann der sich auch verwandeln. Letztendlich hatte mir dein Fassaden, die einst mein Leben gerettet. Transformiere dich in einen Staubsauger, Bösewicht. Gut, der hat unsere Ziehmutter getötet, den müssen wir also töten. Vielleicht geht ein bisschen Starthilfe. Gut. Warte! Fuck! Fuck! Ich war bei Bewusstsein! Ja, warst du. Aber deine tolle neue Rüstung brauchte Saft. Das ist alles? Mehr ist nicht übrig? Etwa 20 Überlebende. Wir durchsuchen noch die Ruinen. Ich sah Prowley. Es war General Cross. Er... Meine Mutter. Er hat sie getötet. Keine Ahnung wie. Aber wir stoppen sie. Und dann breche ich diesem faltigen Wichser persönlich das Genick. Ich habe die Geschichten nie geglaubt. Die Rückkehr der Obrigkeit. Jetzt ist sie da. Und wir müssen etwas gegen sie tun. Mom wusste, was zu tun ist. Die Ranger auch. Warte mal. Sie haben ihre Daten, ihre Protokolle im Präsidio gespeichert. Der Ranger-KP? Spinnst du? Da kommen nur Ranger rein. Sieh mich an, Lily. Ich bin der letzte Ranger. Scheiße, ja. Der letzte dann auch. Das stimmt wohl. Gut. Dann, äh... Gehen wir da mal hin, ne? Mal gucken, was da so los ist. Was man so töten kann. Klicke auf Umschalten zum Laufen. Hop, 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 hop. Hier waren wir doch schon, ne? Scanner. Hoffentlich hast du hier was für mich, Prowley. Unbekannter Einbringling. Dies ist das Präsidio-Sicherheitsprotokoll. Nennen Sie Name, Rat und Aufgabe. Mauerwächter Einheit. Corporal Walker. Ich suche nach Informationen über... über meine... über... Ranger-Einheit. Sergeant Irina Browley. Wird verarbeitet. Sicherheitsprotokoll außer Kraft setzen. Oh, Glück gehabt. Walker, wenn du diese Nachricht siehst, hat es uns härter getroffen als je zuvor. Ich bin tot und Weinland ist zerstört. Das heißt, du bist der einzige lebende Ranger. Und die Obrigkeit ist zurück und muss bekämpft werden. All diese Jahre habe ich dich vom Ranger-Dasein ferngehalten. Weil ich hoffte, du würdest bei einem Angriff zerschont, der auf Ranger und Altin zielt. Du bist die Geheimwaffe. Sorry, dass ich's nie erzählt hab. Du hast jetzt vorhin Zugriff auf Bindins Premierarche. Und die Technologie dahin. Der alte Kühlschrank. Stell dir vor, hunderte Jahre da drin zu stecken. So wie ich. Deine Eltern. Alle ursprünglich. Gefroren die Eisen am Stiel. Von hier kamen wir, um die Obrigkeit zu vernichten. In der Arche befindet sich ein IT-Erweiterungsverteiler. Mein größtes Geschenk an dich. Ein Gerät, das die Nanotreten in deinem Blut verstärkt und dir... Naja... Superkräfte verleiht. Anders kann man's nicht sagen. Gehen die Arche und aktivieren. Mal sehen, was für eine Überraschung du für mich hast, Geister Brawley. Oh, eine Banane. Oh, hier. Das Fahrrad der Zukunft. Hat das noch Pedalen? Oh ja. Scheiße. Auch in Zukunft muss man selber treten. Aber nicht durchsuchen. Gehen wir mal zu Arche. Arche. Arche sind unglaublich wertvoll. Durch sie gelangst du an Arche-Waffen und Nanotreten-Fähigkeiten. Suche im gesamten Irrtland nach Archen, um mächtiger zu werden. Nähere dich dem Eingang der Arche und nutze den Fokus, in dem du STRG gedrückt hältst, um ihn zu öffnen. Ja, ne, jawoll. Machen wir doch. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Fokus. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 401A. Jawollo. Rein da. Ich stecke meine Hand also in dieses seltsame Loch und hoffe auf das Beste. Solange es die Hand ist. Wird schon schief gehen. Willkommen im Simulationsraum. Hier können Sie sich mit dem Einsatz von Archen-Waffen und ID-Erweiterung in Vertraut machen. Sie haben die ID-Erweiterung Dash installiert. Damit können Sie eingehenden Angriffen ausweichen und sind schwerer zu treffen. Cool. Wie mache ich das? Drücke STRG, W-A-S-D, um den Dash in beliebige Richtungen auszuweichen. Und damit Angriffen zu entgehen und die Zielerfassung deines Gegners abzuschütteln. Okay. Dash. Und nun? Irgendwie bin ich auf der richtigen Tasche. Jetzt nicht so der Hammer. Hm. Ach, andersrum. Äh? Und noch mal. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich drücke erst eine Richtungstaste und dann... Oder zusammen. Oder zusammen. Irgendwie... Wir hatten das gerade... Da hängen wir. Bin zu blöd dafür. Drei Mal. Ich will es noch mal. Einmal noch. Danach weichen wir einfach nie aus. Das gibt es doch nicht. Das ist halt gedrückt, aber es passiert auch nicht. Was für ein Scheiß. Wieso läuft das nicht? Ja, das ist... Bescheiden. Gut. Dann mache ich hier erstmal einen Break. Ich übe das nochmal ganz kurz. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.